Ich werde in die gelbe Form, wenn ich sie nochmal erreiche, in den Save-State setzen. Config, Saves, Save, Load. Da setze ich dann meinen Mittelpunkt hin. Und einen hier anfangen, um den Anfang nicht immer zu sehen. Komm, einen hier hin. Tada, ba-da. Wow. Ba-da, ba-da, ba-da. Gut. Das sollte mir Zeit sparen. Pilz. Perfekt. Treffer. Und hoch. Oh, es läuft gut. Oh, es läuft. Beschissen läuft es. Ja, es läuft total... Nein! Schissen. Ach. Fuck. Jetzt. Okay. Bums Block. Bums Block. Bums den Block, Alter. Perfekt. Oh, das läuft gut. Jetzt läuft es gut. Das läuft gut. Ich darf mich nicht loben. Ich darf mich nicht loben. Das ist keine gute Idee. Gut. Drei. Vier. Pilz. Verloren, aber gewonnen. Irgendwie. Wow. 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 Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich sterbe. Äh, ich sterbe. Ich werde sterben. Sag ich doch. Ach. Komm her. Gleich nochmal. Das versuche ich nochmal. Komm. Perfekt. Eins. Und. Hepp-Pilz. Zwei. Und. Drei. Zählen mit dem Mero. Mal wieder. Mal wieder. Böööö. Kein Pilz. Sind null. Vier. Treffer. Nein. Oh shit. Ich bin nirgends sicher, wenn ich diesen Bosskampf bestreite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Pilz. Ich hab ihn fast vergessen. Gut. Da. Nimm das. Nimm. Nichts. Von mir. Da. Nein. Okay. Okay. Ich geh. Ich wollte gerade sagen, ich geh jetzt diesmal vorsichtig an. Und kaum sag ich das, springe ich ins Gesicht von diesem Feind rein. Leg mich. Komm her. So. Eins. Jetzt kommt der Pilz. Genau. So weit. Hab ich ihn jetzt mehr oder weniger auswendig gelernt. Und jetzt hab ich ein Problem. Ich hab ein Problem. Oh shit. Oh. Gut. Gut, 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 gut. Sehr gut alles so. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Zwar kein schönes Wiesngrün oder Blumengrün oder so. Aber immerhin schon mal ein Moosgrün. Ein ganz dunkles Moosgrün. Alles im Moosgrün-Bereich. Was auch immer er da runterfeiern lassen hat. Verdammt. Oh. Okay, es reicht mir. Okay, es reicht mir. Es dauert mir viel zu lange. Je nachdem, wie die Situation jetzt nach vier Treffern ist. Also sobald er den Fallball ausspuckt, werde ich da ein Safe-State machen. Denn das kann nicht angehen. Dass ich hier so scheiße spiele. So scheiße. Meine Güte. Ich habe ihn verfehlt. Ich habe ihn verfehlt. Ich habe ihn verfehlt. Hoch mit ihm. Möge er ihn hochfeuern. Möge er getroffen werden. Möge er überleben. Möge er ihn bekämpfen. Bumms. Da ist der Pilz. Genau. Feuer den Block da hoch. Gott. Okay, ich wollte gerade eigentlich überlegen, ob ich... Nee, das ist ein Pilz oder so wie den hier. Gut, 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 gut. Gut. Jetzt feuer den Block da hoch. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Es reicht mir. Es reicht mir. Es reicht mir sowas von. Safe-State. Okay, vielleicht sollte ich da nicht unbedingt gleich reinspringen. Aber ich finde das jetzt inzwischen mal legitim. Guckt mal, wie lange dieser scheiß... Kampf inzwischen schon geht. Moment, das kann ich besser machen. Das kann ich definitiv besser machen. Komm her. Vor allem unter dem Wissen, dass da ein Pilz-Kern... Gut. Ich versuch's so, ich versuch's so, ich versuch's so. Die beiden gefallen mir nicht. Pilz verfehlt. Ich verfehle alles. Ich sterbe schon wieder. So gut wie. Hoch damit. So. Safe-State. Pilz! Jetzt wird gespeichert. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den am besten hinkriege. Vielleicht, indem ich einfach immer nur auf einer Seite stehen bleibe. Safe-State. Rote Form. Die krasse Überform. Die mal richtig krasse Überform. Ich treff' ihn nicht mal mehr. Er ist zu schnell. Die Blöcke. Hallo? Bums, war's das? Oh. Oh. Oh, endlich. Was haben wir hier noch? Das endlose Bonus-Spiel. Yay. Okay. Muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Um hier ein schönes Outro hinzukriegen. Moment. Es ist eine Bombe! Wuhu! Okay. Ich bin Mario. Oh Gott, wie komm ich noch auf den Scheiß jetzt? Ich bin der Mero. Das war super Mario. Hoffentlich. Wirklich. Das war krass. Bis zum nächsten Mal.